Mein Name ist Stefan, ich bin Bankmitarbeiter und habe mir meine Augen lesern lassen vor sechs Jahren. Ich hatte einen Sehfehler auf dem einen Auge von Minus-2 und Minus-3-Dioptrien, habe mich beim Victor lesern lassen. Für mich war es besonders wichtig, dass ich möglichst schnell wieder sehe, respektive nicht lange Ausfallzeiten hatte, konnte gleich am Tag nach der Operation sehen, minime Schmerzen, am übernächsten Tag perfekte Sehsicht, keine Schmerzen, bin bis heute hoch zufrieden mit dem Ergebnis und kann es eigentlich nur empfehlen. Für mich war einfach wichtig, dass ich möglichst kurz ausfalle und effektiv hatte ich nur einen Tag, wo ich ausgefallen bin. Die Lebensqualität hat sich für mich massiv verbessert. Ich habe es insbesondere gemerkt im Urlaub, besonders wenn man Badeurlaub hat am Strand, habe ich sonst immer am Strand die Brille benötigt. Das ist ganz ein anderes Gefühl, jetzt rein ins Wasser, raus ins Wasser, ohne Brille, alles sofort scharf sehen. Das ist eine hundertprozentige Verbesserung der Lebensqualität. Aus meiner Sicht ist es sicher gut, wenn man ein paar Internetrezessionen liest und sich vielleicht ein paar Videos dazu ansieht. Und aus meiner persönlichen Erfahrung ist die beste Vorbereitung, einfach entspannt zum Termin hinkommen. Warum estadunenciwww. Und aus meiner Sicht ist die Version.